Es passiert bis Manna See, in unserer Zeit, in Montana, einer der 50 Staaten, in Adira der Privaten, Chaneke, Tufshini und Dallet. Das Jüngle beim Sprache Schnitzer hat gefarbte Manöre gewähnt der Auskritzer, in seinen Eltern seine Sahne-Stitzer, auf dem Fenster der Manöre, was er hat gekallert. In Mittelnacht, ein Gewein, ein Ante Semit nimmt der Stein, warft es im Fenster herein, zerlöchert die Schäuben mit der Manöre innen. Der Mischpuche, der Gegend, schockiert, aber ein Stutz schreien und verführt, ein Krieger, der Mann ausplaniert, was soll sie mir keinem sein, dem Danto aus denen. Im nächsten Tag in der Stuttischen Zeitung, beschrieben dem Attacke mit der Begleitung für eine spezielle Ziegreitung, eine gemulene Manöre in dem mittelsten Blatt. Das Blatt ist wie ein Schild, in beiden Säden ungefüllt, als jeder soll kennen einen ausschlagenden Bild, denn es hängt auf dem Fenster, was sich privat. Jene Nacht haben sich Manöres gehäuben, in der ganzen Gegend von hinten besäuben, von jeder Rasse, in jeder Gläufe, ganze Zehntausend Schäuben haben jene Nacht ein Manöre beim Fenster gehört. Der sieeste Sieg erfinden, so ein Hass kann werden verschwinden, dadurch ein Feuer muss mir und zünden, ein Fenster mit dem zweiten sich verbinden, ein Blaben brennen, leulmajat. Ich habe meine Vierhänge breit, ich sehe, wie jeder beim Fenster steht, der Mannöres muss kurz aufgescheit, warft Signal von einer zum Zweit. Es winkt, es schmeichelt, es schafft sich hohen. Als die Öl wird kein Mülltummen, rafft es Rivan, er jedem will kommen. Bekommt es nicht muss an, der Stärkste ne kommen. Er leamt für Israel, der Schönste ne kommen. Was bleibt brennen, auf vielen noch der halben Schoen. Aber ich sehe, ob du da siehst, das war mich. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020